Da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge von den Sims 4. Ja, gut, guck mal, dass wir auf jeden Fall gleich ins Fitnessstudio gehen mit der Zoe. Genau, das war jetzt eigentlich das Ziel. Ja, 55 Prozent. Können wir mal gleich nach hinten kommen. Also die 100, alles klar. Aufzuspielen, ich habe noch auf jeden Fall was vor mit euch. Oder ihr beide miteinander. So, guck mal. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder sozial hochgehen. Selbstsicher, sehr schön. Das ist eigentlich auch genau das, was es auch sein sollte. Die Fähigkeit sozial geht hoch. Ja, dann gehen wir gleich mit Zoe in die Runde pumpen. Aber da wir ja schon eigentlich fast alle Aufgaben dann erhöht haben. Also wir sind schon relativ weit oben in der Karriere, Leute. Und das ist schon mal ganz gut. Brauchen wir nicht mehr gleich so danach nach den ganzen Fähigkeiten hinterherrennen. Oh je, war nicht so gut. Doch, okay, alles klar. Ja, wollte ich schon gerade sagen. Getränke in der Lounge treten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Mit Queen rumalbern. Das war eigentlich immer hier in... Lustig. Auswahl. Lustig. Rumblödeln. Machen wir mal das. Das war das doch, ne? Oder? Ja. Sehr schön, diese beiden verschwindet hier auf jeden Fall. So muss das auch immer sein in der Beziehung. Ja, wenn ich... Könnte ich jetzt mal so sagen, wenn ich einen hätte. Romantisch. Das will ich ja auch noch... Ah, da war es doch. Da war es doch. Ähm, flirten. Das ist mal hier wieder. Da machen wir das. Flirten. Was war jetzt wichtig ist, aber wir küssen brauchen wir mal machen. Anmachen haben wir doch schon alles. Keine Ahnung, los kitzeln. Küssen da. Gucken wir mal, gucken, weil Zoe... ...jemanden kennenlernen. Iiii, die küssen sich. Iiii. Was ist denn wieder? Impressionistisches Gemälde malen? Sehr schön. Ja, so wird es natürlich aussehen. Freund, ich glaube, du musst auf die Arbeit. Oder hast du heute auch frei? Beide haben heute frei. Aha. Sehr schön. Wisst ihr, was wir da machen? Reisen mit... Zoe Patel. Ich habe das komplett verrafft. Ich habe das wirkliches komplett verrafft. So, dann gehen wir auf jeden Fall fit wie ein Turnschuh. Da müssen wir hin. Klicke auf den Teller-Tal, die Maustaste. Schließe Launen ab und erhalte zufrieden als Punkte, Unbelohnungsmerkmale zu kaufen. Ja. Das Einzige, was ich mir um den Kopf ist, ist ja für Jungelsdrank. Gut. So, gut, gut, gut. Also, komm. Beide aufs Band. Das bietet sich jetzt gerade an. Ja, die ist ja immer da. Ausdauerlauf. Komm, auf geht's. Nummer eins. Klipp... Ne. Ich wolle nur Bus laufen. Na, komm. Sieht schon ein bisschen dicker aus, oder? Jo. Ich bin dicker geworden. Ich sag's doch. So, machen wir erstmal. Ausdauerlauf. Könnte ich bei ihm das auch machen. Ausdauerlauf. Achso, machst du ja schon. Ja, ich muss halt nur mal ein bisschen gucken, dass ich jetzt die... Ha, die Kuna. Könnte ich vorstellen. Was ist das? Oh, Ausdauerlauf. Das würde ich auf jeden Fall jetzt sehen. Das würde ich für mich auch mal vorstellen. Ähm, mehr Auswahl. Wo waren es jetzt eigentlich immer drinnen hier? Oder freundlich, gell? Äh, freundlich. Ne Auswahl. Freundlich. Ne Auswahl? Naja, egal. Komm. Wir müssen alle mal ein bisschen... ...schlanker werden. Ey. Ey. Mein Freund. Kannst du nicht hier flirten? Das gibt's doch gar nicht. Aber der hier knallert die Leute an und so. Ich glaub, hier ist Hacken. Daneben läuft seine Frau. Ratschen. Da hier, nee, nix. 40 Fotos und Bab. Ah, Floopy. Oh, und Fora. Jips, jips. Jo, jom. Ich würde mal jetzt mal gucken. Ähm, ja. Knallert, macht er da die eine an und dann die andere? Was für ein Schlingel, du? Irgendwie sieht es aber aus wie die Hamster auf dem Rad. So, da geht noch ein bisschen los. Oh je. Ja, machen wir. Ja. Oh, nee, noch nicht zurück nach Hause. Ja, dann gehen wir grad hoch. Kannst du weitermachen. Ja, dann geh doch. Ich halte dich nicht auf, dass du mal kurz in die Dusche springen kannst. Oh. Dann schicke ich dich nämlich, schicke ich den Greeny Guard auch hoch. Sehr willkommen. Yo. Okay, alles klar. Was wollen wir denn hier haben? Ja, Pool brauchen wir jetzt nicht. Haben wir alles später. So, wenn wir endlich mal hier genügend Kohle haben. Naja, egal. Ja, wir werden auf jeden Fall denke ich mal, denn, ähm, vielleicht schaffe ich es ja hier. Und mit Carina tanzen. Komm. Die schicken wir mal nach Hause. Oh, die ist ja gleich komplett hoch. Wie ich mir vorstellen. Die sind hier auch freundlich vorstelle. Oh, die sind ja hier drin. Ja, ich habe es ja jetzt mal hier drin eine Auswahl. Ne, eine Auswahl. Freundlich. Eine Auswahl. Ist der Ding beschreiben? Nommen wir es mal. Ist ja eine Gruppe auf jeden Fall. So, komm. Hey, hat das jetzt mal geklappt? Na, jetzt ja endlich. Gut, jetzt kannst du auch nach Hause gehen. Ja, hör mal auf hier. Komm, auf. Alle jetzt nach Hause. Okay, also wie gesagt. Ich habe es jetzt nicht gedacht, dass du das jetzt so schnell zunehmst. Aber gut, okay, weiß ich Bescheid. Ich will beide mal jetzt ein bisschen Sport machen. Na, komm. Ich glaube, die ist nach Hause. Hallo? Wollte ich schon gerade sagen. Ja, Ladescreen mit Ladegreen. Ladescreen mit Ladegreen. Ladescreen mit Ladegreen. Jo, okay. Wurde mir jetzt 40 Dollar abgebucht. Warum auch immer. So. Ah, das Essen ist noch gut. Alles klar. Okay, verstehe. Verwenden. Kannst du auf jeden Fall essen gehen. Und danach muss ich Green dringend mal jetzt unter die Dusche stecken. So, und was hat er denn noch? Genau. Alles klar. Bei ihm müsste es ja dann auch endlich mal so weit sein, dass er dann endlich aufsteigt. Der hängt ein bisschen hinterher. So, er verdient richtig, gell? 280 Dollar pro Stunde. Aber gut, die tut ja auch bloß drei Tage arbeiten. Da geht es ja eigentlich schon. So, abgeschlossen. Wenn du fertig bist. Aufräumen. Pipi machen. Und duschen. Ja, Schwachkanal. Oh je, guck mal hier. Dass sie da kein Drehbogen bekommt. Oh, daneben. Und wie sieht es mit ihr aus? Schafft auch nicht. Ordentlich besser. Was ist hier? Tischtennis. Ja. Ja. Ja, schön. Was ist hier passiert? Ey. Wolltest du noch was sehen? Drehbogen. Na ja, gut, okay. So, so verwässern wir mal wieder. Ja, das ist halt. Gut. Dann geh mal ins Bettchen, genau. Geh mal Bobo machen. Gwyni, du kannst auch Bobo machen. Die Nase juckt, Freunde. Oh, habe ich irgendwas Schlimmes angestellt? Oder es denkt jemand an mich, ne? Wie heißt es denn immer so schön? Heißt es eigentlich so schön, wenn jemand an mich denkt, denn juckt die Nase? Nee, ich glaube, das war Schluckauf, oder? Ja, Montag. So, und wie sieht es mit Zoe aus? Gehst du denn auch mal arbeiten? Ja, um 10. Alles klar. Ja. Er ist gerade mal 4 Uhr morgens, Freunde. Ihr könnt dann... Auf jeden Fall... Ja, macht mal ein Techtel-Mächtel. Schon viel zu früh, aber es passiert halt jetzt richtig gut rein. Hm. Ich kann ja auch mal gucken wegen Sportgeräte. Also wie gesagt, bauen wir uns auch mal so einen Sportraum. Mal gucken. Säuber. Er könnte auf jeden Fall beide noch ein Nickerchen machen. Schlafen. Schlafen. Vor 6 Uhr braucht ihr ja eh nicht aufstehen. Dann sagen wir mal 7 Uhr. 7 Uhr ist eine gute Zeit. Wollen wir beide nicht? Machen wir ein Nickerchen. Nickerchen machen. Nickerchen machen. Jo. Ich weck euch denn schon. Keine Angst. Ja, jetzt haben wir gleich 7 Uhr. Ja, okay. Läuft eigentlich fast von alleine ab. Dann machen wir so. Komm, gehst du hier. Verwenden. Duschen. Aufräumen. Okay. Ja, finde ich in Ordnung. Ähm. Puschluck servieren. Wollen wir wieder Ei und Toast machen? Ne. Komm, wir machen mal rührei. Ne gute Abwechslung. Weil wenn sie denn um 15 Uhr wiederkommt, dann gehen wir wieder mit ihm wieder Sport machen. Er hat ja auf jeden Fall dann schon die Tagesaufgabe abgeschlossen. Können wir auf jeden Fall mal in der Runde Sport machen mit ihm. Das wechseln wir dann durch. Genau. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Dass wir die auf jeden Fall mal fit kriegen. Wollen wir bitte das auf. Eigentlich finde ich, dass wir Wille alles so hoch hängen. Jedenfalls die Kleinen. Naja, egal. Ja, komm, der Mann ist gleich fertig. So, genau. Okay. Ein Gericht nehmen. So, dann kann ich ihm die Zoe gleich auf die Arbeit schicken. Green geht wieder ins Fitnessstudio. Und wenn er dann arbeiten gehen muss, dann kann sie in das Studio gehen. Das klingt doch super. Aber ich könnte jetzt eigentlich mal gucken. Dämologie. Zwei Tage. Nur mal hier. Belohnungs-Store. Ja, Freunde. Ihr wisst, glaube ich, was jetzt kommt. Muss jetzt leider auch sein. So, Blitzlese-Mentor. Holen wir uns einmal den Jugendtrank. Ja. So, im Inletar. Um Blatt. Das war ja. Trinken. So, und dann hier auch den Belohnungs-Store. Schlafersatz. Wo haben wir das? Jugendtrank. Auch hier bitte einmal. Kannst du das auch mal trinken? Und wie sieht's aus? Ja, nimm mal einen kräftigen Schluck davon. Genau. Winnie, nimm du auch mal einen kräftigen Schluck davon. Ja, gut, Freunde. Dann möchte ich jetzt erst mal sagen, das war's von dieser Folge. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, sag ich mal. Tschö. Mit Ö. Ja, machen wir mal die Pause.